Musik Heute lasse ich das Haus meiner Eltern zurück, breche auf nach Paris, denn dort wartet mein Glück. Mein Name ist Christian Schöne und ich habe das außerordentliche Vergnügen in diesem Jahr, den D'Artagnan hier in Lahnstein zu spielen. Ich bin der Rocco Hauf, ich spiele den Aramis, freue mich, dass ich dieses Jahr auch die Choreografien machen darf. Meine Reise als Held, die Reise zu Ehre, zu Macht und zu Geld. Ich weiß, ich bin nicht ohne Grund auf der Welt. Ich fürchte nur Gott und ich folge dem Wind. Heute ist der Tag, an dem mein Leben beginnt. Ja, ich bin der Carlo Himmel, ich spiele hier den Kardinal Richelieu. Ach ja, doch diese Möglichkeit wollen wir uns noch ein wenig offen halten. Ich weiß so einiges von euch zu erzählen. Und wem wird man wohl mehr Glauben schenken? Dem Oberhaupt der französischen Kirche oder einer Verband von mehr als zweifelhaftem Ruf? Die Bourbonische Lilie ziert nach wie vor eure zarte Haut nämlich an. Das brandt mal einer Hure. Mein Name ist Christine Gelder und ich spiele in dieser Produktion Milady de Winter. Und dann erhalte ich von euch einen Brief, der mich von meinem Makel reinwäscht. Es reicht mir, diese ständigen Anmaßungen einer... Deiner Frau? Eine Frau war es, die uns aus dem Paradies vertrieb. Gott ist ein Mann! Und das könnt ihr beweisen? Das Weib ist dem Mann heruntertan, ihm in keinster Weise ebenbürtig. Und das ist eine sehr dankbare Aufgabe für eine Schauspielerin, wie ich finde. Doch die Nachricht, die ich bringe, kriegt ein sicher wie Fuss. Denn der Vater aller Dinge ist nun mal ein schöner Krieg. Also ich heiße Rick. Ich bin einer der drei Musketiere. Und zwar der Athos. Bei ihm seine Frau gewahnen, bisher noch kein Kind gewahrt. Steht sein Fußballstrassenwahn, das Volk ist augenwandlich da. Und der Weib, was alles am Denken schnimmt, der kann er zu lenken ist. Hallo, ich bin die Ivana Langmeier und ich spiele die Rolle der Königin Anna. Mit dem Herzog von Buckingham wart ihr doch recht vertraut, nicht wahr? Ja, wir... Wir kannten uns. Pflegte er nicht, bei euren Eltern am spanischen Königshof ein- und auszugehen? Trifft es nicht zu, dass er sich während eurer Jugend zwei ganze Sommer lang in Madrid aufhielt? Warum stellt ihr mir all diese Fragen, wenn ihr die Antworten ohnehin bereits zu wissen scheint? Was mich sehr an dieser Rolle reizt, was mir sehr gefällt, ist, dass sie sich gegen ihre Liebe entschieden hat, gegen einen Mann und für das Leben am Hofe. Wer kann schon ohne Liebe sein? Ich bin bei ihm und doch allein. Ohne Liebe ist das Leben keinen Tag lang lebenswillig. Ich trage die Wahl für meinen Mann und sein Land. Jede Frau sucht im Geheimen den Ritter auf dem weißen Feen. Mein Schicksal ist mir ewig in die Haut gebrandet. Man hat so viele Seiten, wie unser Leben Tag erzählt. Für Lahnstein ist es natürlich ein imposantes Ereignis, was sich also so noch nicht dargeboten hat. Ich bin heute für Verwacht, mein verwegener Traum. Heute ist für Angst und für Zweifel kein Raum. Ich halte meine Wünsche nicht länger im Zaum. Bald bin ich als Held aller Heldin bekannt. Und mit Bewunderung wird mein Name genannt. D'Artagnan. D'Artagnan. Ja, es ist für D'Artagnan. 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 Untertitelung des ZDF, 2020